Das russische Verteidigungsministerium hat am Samstag Videoaufnahmen veröffentlicht von Drohnen, die Panzer in der ukrainischen Region Saporizhia angreifen. Damit soll die erfolglose Offensive der ukrainischen Streitkräfte gezeigt werden. Anhand von Wald-, Ackerflächen und Gebäuden, die mit Satellitenbildern des Gebietes übereinstimmen, konnte der Ort der Aufnahmen von Reuters überprüft werden, der tatsächlich bei Saporizhia liegt. Das genaue Datum ist allerdings unbekannt. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, dass es sich bei einigen der Fahrzeuge um vom Westen gelieferte Leopardpanzer sowie Bradleys handeln solle. Diese Informationen können nicht unabhängig verifiziert werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte in seiner täglichen Videoansprache am Samstag unter anderem gesagt, dass die Ukraine eine Gegenoffensive gestartet hätte. Weitere Angaben dazu gab er allerdings nicht bekannt.